Freitag, 25. September, 19 Uhr, Alprabauer, Sportpark, Haching gegen Lüppig, 1 zu 0. Nico Mantel, Robert Müller, Max Dombraga, Chris H. Krieger, Markus Schwabel, Niklas Steinlein, Lukas Höfnagel, Luca Marscheler, Alexander Frisch, Patrick Hassenbutil, Moritz Heinrich, VfB Lüppig, Lukas Ritter, Tommy Gruppe, Niklas, Nico Heirweble, Sven Minde, Janik Rischmann, Marvin Thiel, Rian Malone, Torben Dithers, Nico Ralland, Elsa Mdi Marahi, Patrick Höach, 21.09 Uhr, Ahojn.